Wir reden da ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich war einfach nicht mit dem selber da. Das ist wie es am Anfang. Und ja, jetzt wird es ja gleich mal nicht passiert. Was heißt das? Ist das Lalo? Ja. Das ist ein Bernfeuer. Na, was kann man denn noch machen? Die Nase oder Massage? Ja, jetzt geht es sich nachspitzen. War ja voll nicht. Aber jetzt mal gescheit Physiotherapie und massieren. Und alles probieren, was ja möglich ist. Und damit es morgen wieder die Technologie hat. Aber normalerweise passt es. Was ist denn auch? Ja. Man muss ja alles mehr lernen. Ich hab gesagt, da war noch ein bisschen ähnlich. Wir gehen halt. Ja. Und da war noch nicht so. Ja. Und da war noch nicht so. Und da war noch nicht so. Ja. 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 Ich habて meinen Komp Devil vergessen. Ja. Wir gehen ha mal mit. Ja. Brauch. Ja. Wämstertown. Brauch. Ja. Ja. Blaue. Nao.